Komm her! Favoritenkreis zählt von den Bluthanks und der wurde rausgedreht dort. Und Start-Drei fällt auf die letzte Position zurück. Startnummer 33 auf D1. Die 798, Martin auf der zweiten Position. Astronauter Fernpult, sind wir dabei. Und die 2, 3, 3, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 8, 9, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 10, 10. von den Rennraten vorbei, der spielt ja da hinten in der Kurve und wird auch ausgeschoben. Martin ist weiter auf der 2. Struck wohl noch auf 3, Edmunds Lossendorf auf der 4 und Sven Ziemer greift noch einmal an.